Er ist Hundeversteher und Hundesportler. Lukas Pratschka, bekannt aus das Supertalent 2013. Er befasst sich intensiv mit Hundetraining und hat mit seinen Hunden schon mehrere Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien erzielt. Er kennt die Probleme und hat die passende Lösung dafür. Unterstützt wird er dabei von seinen Hunden Falco, Joke und Tölner. Viele Hundebesitzer kennen das Problem, dass ihr Hund Angst hat vor bestimmten Geräuschen, wie zum Beispiel Gewitter. Auch ich habe das Problem mit meinem Falco. Er hat zum Beispiel totale Panik, wenn er Silvesterknaller hört, die er ja auch jedes Jahr immer wieder kommen. Was ich dagegen mache, damit ich diese Knallereien mit positiven Handlungen bei ihm verbinde, zeige ich euch heute in unserem Training. Damit ich den Hund jetzt daran gewöhne, dass diese Geräusche, die er nicht mag, eigentlich voll positiv sind, nehme ich das, was mein Hund gerne hat. Im Falco ist das jetzt ein normales Trockenfutter, das er eigentlich um die Zeit gerade bekommen würde. Ich stelle ihm das jetzt aber nicht einfach nur so hin, sondern ich habe hier so einen kleinen Lautsprecher und werde da einfach mal die Geräusche ganz, ganz leise abspielen. Und sobald ich merke, mein Hund hat das mitbekommen und hat mitbekommen, dass da auch wirklich die Geräusche laufen, fange ich an, dass ich Leckerlis ganz wild hin und her werfe und ganz viel lustige Dinge damit mache. Wichtig ist, dass ich jetzt nicht sofort, wenn es losgeht, die Leckerlis werfe, sondern ich starte mal. Schau, ob mein Hund das mitbekommt. Wenn er jetzt ein bisschen verschreckt schaut, ist das ganz okay. Und jetzt beginnt das, was ich mache, und zwar... Oh, so leckerlis! Weck uns doch! Ja, oh, was ist nichts? Nichts! Wenn ich jetzt meine, es war genug und er findet das gerade lustig, drücke ich die Aufnahme auf Stopp. Und höre aber auch sofort auf. Nach einem kurzen Stopp, wo auch meine Leckerlis wieder bei mir bleiben oder das Spielzeug eben, ganz egal, was ihr da verwendet, mache ich den Lautsprecher so ein bisschen lauter, also wirklich nur ganz klein steigern. Ihr habt ja eh eigentlich ein Jahr lang Zeit, das Ganze zu üben. Und dann beginnt das ganze Spiel wieder von vorn. Geräusche. Schauen, dass mein Hund das mitbekommt. Und jetzt, wo mein Hund die Geräusche mitbekommt und hört und merkt, da ist irgendwas, fange ich an, dass ich das Ganze wieder positiv verbinde. Ah, das geht's! Und wieder Stopp! Wichtig ist, dass ihr da auf jeden Fall nicht zu ungeduldig seid. Ihr habt ja eigentlich von Silvester zu Silvester wirklich ein ganzes Jahr lang Zeit, das langsam zu steigern und auch wirklich immer auf euren Hund achtgeben. Wenn es schon zu laut ist, dann wieder lieber einen Trainingsschritt zurück. Und ich glaube, wenn euer Hund das wirklich ganz bewusst mitbekommt, da ist das Geräusch, das ich eigentlich nicht mag. Aber bei meinen Menschen gibt es dafür was ganz Lustiges und ganz Besonderes. Dann ist das nächste Silvester oder das Geräusch, das ihr demnächst hört, gar nicht mehr so schlimm.